Musik Ich habe für euch heute wieder mal diesen Moment-Wenn Teil 4 und darum herzlich willkommen zu diesem neuen Video und ich wünsche euch viel Spass. Kennt ihr den Moment auch? Der kommt natürlich sehr oft im Sommer, wenn es draussen über 30 Grad ist und du bist schon den ganzen Tag unterwegs und du kommst voll verschwitzt heim. Und du gehst duschen und nach dem Duschen schwitzt man genau wieder gleich. Es ist so ein richtiger Fuck-Moment im Sommer und das ist so nervig, ist mir leider viel zu viel passiert. Oder auch der Moment, wenn ihr Ketchup-Tauben habt und Pommes, weil ich es auch sehr gerne Pommes, obwohl ich es eigentlich nicht sollte. Und ihr drückt, drückt, drückt und es kommt zuerst wirklich nichts. Und dann ist es so, dass man den wirklich sehr fest drückt und dann auch mal mit der anderen Hand schlägt. Plötzlich kommt der ganze Inhalt der Tauben auf eurem Teller und alles so richtig schön rot verspritzt. Und scheisse, das ist so ein richtiger Nerven-Moment. Oder auch der Moment, wenn ihr am Sonntagabend noch eins zockt auf eure PS4 oder Xbox One, je nachdem was ihr habt. Oder vielleicht auch noch Gameboy. Und genau dann geht's nicht. Egal, entweder beim Fernsehen oder bei der Konsole. Und ihr euch einfach nur noch denkt, scheisse Technik. Den Moment, wenn man am Sonntagabend zockt und es geht nicht. Oder auch der Moment, wo mir jetzt aktuell passiert ist, ladet durch meinen Fuss. Wenn ihr endlich wieder mal Fussball spielen wollt, ist ja zur Zeit auch noch WM. Und wenn ihr selber wollt Fussball spielen, ihr könnt euch freuen. Es ist verdammt cool, ihr seid auch verdammt gut drauf. Und dann bricht man sich den Fuss. Oder den Fuss, oder den Arm, oder die Bänder. Oder es ist alles gleich scheisse. Der Moment, meine Damen und Herren und liebe Zuschauer, ist ein richtiger Scheisse-Moment. Du willst endlich mal Sport machen. Warum auch immer und genau dann verletzt man sich so schwer, dass man nachher nicht mehr Fussball spielen kann. Ich hasse das, Mann. Oder auch der Moment, der so richtig nervig ist. Wenn ihr nur eure Ruhe haben wollt. Aber das Handy fast jede Minute klingelt. Und jemand ruft an. Oder schreibt ihr und egal. Du bist vielleicht auch zur Zeit in einer Situation, wo du dich sehr konzentrieren musst. Weil das Zeug, wie beim Zocken vielleicht nicht so gut geht. Egal was du machst. Jedes Mal unterbreche ich dein Handy. Das ist ein richtiger Scheisse-Moment. So, das wär's jetzt aber wieder mal gewesen vom Teil 4 von diesem Moment. Wenn ihr noch mehr solche Videos wollt. So von diesem Format, welches ich auch schon seit langer Zeit mache. Dann könnt ihr euch das unten in den Kommentaren wissen. Und auch wie ihr noch die neue Form vom Video findet. So, nicht gerade so ein Stativ. Nämlich mit einem neuen Konzept. Wie ihr das findet, könnt ihr euch auch in den Kommentaren schreiben. Und ich wünsche euch noch eine ganze gute Woche. Tschau zusammen. Bis dann. Euer Chris. Boom!